So, hallo und alle, zur nächsten Frage wollte ich kurz sagen, zur nächsten Folge von der kleinen Map hier, und zwar, wie gut bin ich in Minecraft? Ich habe vor ein paar Tagen jetzt hier in der Map, wie gesagt, angefangen gehabt mit Fragen, wo ich mich selbst teste über mein eigenes Minecraft-Wissen. Ich weiß noch nicht, wie es bei euch angekommen ist, weil ich gerade halt die Folge einfach hinten dran aufnehme, sozusagen, und wir machen mal weiter in den Fragenkatalog. Aber ich kann mir vorstellen, dass es einigermaßen interessant für euch war, um auch selbst zu testen, ob ihr was wusstet, was ich nicht wusste, zum Beispiel. Okay, wir sind bei der Hälfte der Fragen angekommen, das ist jetzt Frage Nummer 21, und wir werden weitergehen. Ich hoffe mal, ihr habt den ersten Teil gesehen, wenn nicht, dann tut das, indem ihr ihn anklickt, oder ich werde ihn beschreiben, werde ich wahrscheinlich vergessen, ich werde per Infocard euch das oben einblenden. Ansonsten bitte mal auf den Kanal gehen und euch die Folge zuerst anschauen, das hier von mir aus dem Fenster offen lassen, damit ihr es nicht vergesst. Aber da habt ihr praktisch die doppelte Menge an Spaß und zu vergleichen. Okay, legen wir mal los ohne viel Gelaber mit dem Fakten-Spark. Wie gesagt, wenn ich ein Buch hingekriegt habe, dann werde ich auch hier die paar Fragen durchkriegen. Ich habe sogar in der letzten Folge eine Frage entblößt, die eigentlich ich, also die, wo Sachen möglich waren, auch in Vanilla-Minecraft zum Beispiel Badrock zu zerstören, aber der Typ hat gesagt, das geht um mit Mods. Also mit Mods ist fies. Das ist ein bisschen Schummel, so eine Schumelfrage. So. Können Mobs on Badrock spawnen? Nip. Geht nicht. Äh, da brauche ich gar nicht lang nachdenken. Äh, wie viele Rüstungspunkte gibt eine volle Lederrüstung? Boah, als ob ich darauf achte. Woher soll ich das wissen? Als ob ich da drauf achte. Ich ziehe so selten Lederrüstung an, weil es einfache Eisenrüstung zu besorgen ist, weil meistens mal erstellst du dir eine Welt, du klopfst dich da durch, gehst in die Mine, holst dir Eisen raus und fertig. Bis du nämlich eine Kuhfarm hast und sämtliche Kühe geschlachtet hast und dir eine Rüstung, eine Lederrüstung gemacht hast, ist Ostern. Da haben die anderen schon Tier. Äh, ich würde mal sagen dreieinhalb. Ja, gut geraten. Ähm, unter welcher Y-Achse spawnen Slimes und Slime-Chunks? 48? Äh, ja okay, 48 war geschätzt. Irgendwie, irgendetwas. Es ist eine gerade Zahl. Das weiß ich. Ich hab das nämlich vor einer Weile mal gesehen, gehört, als ich mir mal ein bisschen was angeguckt hab zum Slime-Spawn-Verhalten und Slime-Farm. Und ich glaub, es war eine 40er-Zahl und es war eine gerade 40er-Zahl. Und, ähm, da die einzig gerade 40er-Zahl, die auch noch etwas über 40 glatt ist, 42 ist, würde ich mal 42 sagen. Ah! Dammit. 40? Na, sag ich doch. Irgendwas war es, eine gerade 40er-Zahl. Tut mir leid, ich hab gedacht, ja. Aber da war ich mir so halb... Weißt du, das heißt, hab ich so ein Back... So ein Feeling gerade gehabt, ja. So ein Gefühl... Irgendwie sowas war das. Ich hab irgendwie 48 im Kopf. Okay, vielleicht hat sich das aber auch geändert über die Version, ne. Das ist die andere Geschichte. Nächste Frage, ja. Unter welchem Lichtlevel können Mobs spawnen? Hm. Ich glaube... Es ist ein gerades Lichtlevel. Glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Also 7 oder 8 ist es. 7 oder 8. Schätze ich. Also es ist schon recht hoch, oder... 4 ist zu niedrig, da ist es schon recht dunkel. Also ein einzelner Pilz gibt auch Licht aus. Und zwar ein Licht von 1. Und das ist wirklich kaum... Ich rate jetzt einfach mal eine 6. Ah! Dammit. 7. Ja. Irgendwie sowas. Also 8 fand ich dann jetzt doch ein bisschen hoch, weil... 16 ist ja das maximale Lichtlevel, was geht und meistens ist immer so unter der Hälfte oder sowas gewesen. Hälfte unter der Hälfte, 8 war die Hälfte gewesen. So, lass mal gucken. Äh, was... Äh, was... Äh, wie heißt das? Update 1.9. 1.9. For Future Update, New End Update, Present Bountiful Update oder The Combat Update? Muss ich nicht mal hingucken, dann kann ich ja rückwärts reinlaufen. So. So. Oh, lo, ich hab's sogar gleich richtig passiert. Wurde sogar gleich richtig passiert. Ähm, achso, wir sind wahrscheinlich mit Orientation, dass du richtig orientierst. Ähm, ja, als Minecraft 1.9.7 Update, das war das Update, das die Welt verändert hat. 1.8 war The Bountiful Update und Mojang Cold 1.9, Combat Update, okay. So. Was ist das Crafting Rezept für ein Beacon? Die Kiste, äh, die auf der linken Seite von der Druckplatte ist, ist die Antwort. Ja, gut. Äh, Crafting Rezept für ein Beacon, das da, das da, das da, das da. Are you kidding me? Krieg ich ausnahmsweise noch hin? Ich weiß, ich craft nicht auf Beacons. Wenn du was nicht oft machst, dann vergisst du das auch. Ich hab so viele Rezepte vor. Was denn mal, ich mach hier eine Retour durch meinen ganzen Kanal. 10 Crafting Rezepte, die du immer wieder vergisst, hab ich auch im Video gemacht. So ein paar Sachen, da denkst du einfach immer da dran. Muss jedes Mal nachgucken, obwohl die, egal. So. Was ist der Blogname? PS, The Name, Use and Coding. Wie heißt der Blogname dieses Blogs? Äh. Also es ist Packed Eyes, aber ich glaub, der möchte wissen, den Namen in Coding. Und wir haben vor kurzem, oder in der letzten 5 Dinge Folge, gab's ja was. Und zwar, dass Blumen teilweise noch dieselbe ID haben. Also eine Red Rose und dann eine Tulpe und irgendwas. Und eine Daisy und sowas. Das hat alles die ID Red Rose. Also das hat nicht spezifiziert. Also geh ich mal davon aus, dass das da hier ebenfalls so ist. Und mit der normalen, mit dem, dieselbe ID hat wie das normale Eis. Also Eis. Ja. Schade. Dann ist es Packed Eyes wahrscheinlich. Was? Nö. Also es hätte halt Sinn gemacht. Weil, guck mal. Ne, okay. Die Türen haben mittlerweile eigene IDs. Minecraft Wooden Door, Iron Door, Jungle Door und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, eine Rose, eine rote Rose hat als ID Minecraft Red Rose. Und eine Daisy, also eine weiße Blume hat auch Minecraft Red Rose. Also habe ich gedacht, dass das bei Eis jetzt ähnlich ist. Da das nicht funktioniert, habe ich gedacht, dass das hier ist. Aber wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist es Compressed Eyes. Weil das ist halt eine Alternative Bär für Packed Eyes. Packed, das war dein Name. Offiziell bekannt wurde und Compressed Eyes heißt in dem Tag drin. Meine Fresse. Komm erstmal drauf. Das ist eine Torch. Achso, das soll eine Fackel sein. Da vorne. So aus wie ein... Na, wie Kloinhalt. Was ist die Menge des Lichts, die von einer Fackel ausgeben wird? 14. 14. Woher weiß ich das? Ich habe vor einiger Zeit auch mal fünf Dinge gezeigt, dass die Magma-Blocks das Lichtlevel absorbieren von nahen Lichtquellen. Also wenn du im dunklen Raum bist, einen Magma-Block setzt, eine Lichtquelle dazusetzen, dann hat der Magma-Block das Licht absorbiert. Und dieser Magma-Block hatte mal ein Lichtlevel von 13. Und da die Fackel selbst 14 hat, ist ein Block dann nämlich Lichtlevel 13. Also konnte ich zurückerichten, dass die Fackel den macht, Lichtlevel 14 hat. So. Ich muss mich ja hier als Experte behaupten können. Nächste Frage. Kann Gift dich killen? Kommt auf den Schwierigkeitsgrad an, jetzt. Was? Nee? Nee, warte. Hunger kann dich killen. Aber nicht Gift. Das sind Flüchtigkeitsfehler. Flüchtigkeitsfehler. Ich hatte gedacht, dass das Gift-Kan-Ding easy, peaceful, hard, aber ich habe es mit Hunger verwechselt, weil in irgendeinem Varus doch mal GLP verhungert. Das habe ich gerade im Kopf gehabt. Und da wir auf dem Spiellichkeitsstufe normaler so gespielt haben, war es ein Trip auf easy. Kannst du, glaube ich, nicht von sterben. Da bin ich mir gar nicht sicher. Nächste Frage. Welcher dieser Dinge kann nicht bewegt werden? Mit einem Piston? Du kannst ein Crafting-Table mit einem Piston bewegen? Das zählt auch so als Ofenblock und sowas. Weißt du, dass man nicht solche schönen Schaltungen machen kann? Cannot be moved. Which of these things cannot be moved? Ja, ein Crafting-Table hätte ich gedacht. Also Ofen und Dispenser und sowas, das kannst du ja nicht bewegen mit Pistons, sonst hättest du ja übelst komische Maschinen machen können. Ja gut, Crafting-Table. Warte mal, Crafting-Table kann keine Entity drin haben. Daylight-Sensor aber eigentlich auch nicht. Ich hätte gesagt, Daylight-Sensor funktioniert wie in der Schiene. Dass du den trotzdem schienen kannst, auch ein bisschen zu bewegen. Wahrscheinlich Daylight-Sensor. Nach wie vielen Real-Life-Minuten die spawnen Items? Nach fünf. Brauchen wir nicht diskutieren. Brauchst du dann jedes Mal erklären dir, glaube ich. Fahren Minecarts langsamer in Spinnweben? Entities bewegen sich langsamer in Spinnweben. Ja. Das Problem ist, du kannst ein Minecart nicht durch ein Spinnweben schicken, weil auf da, wo die Schiene steht, ist der ganze Block ja schon für das Minecart reserviert. Und deswegen nicht. Es sei denn halt, du sitzt drin und hängst im Kopf drin. Und das Minecart selbst wird euch nicht beeinflusst, weil du kannst ja nur eins drüber in Spinnweben setzen, aber nicht da drauf, weil da ja die Schiene ist. Deswegen sag ich mal, wahrscheinlich ja. Weil der Spieler drin festhängt, dann ist es ja. So kann man es argumentieren, aber eigentlich ein Minecart berührt keinen Spinnennetz normalerweise, weil das kann nicht. Ach, äh, mh. Wenn es nicht auf einer Schiene fährt, dann ja. Entities werden verlangsamt. Das fallende Sand wird ja auch verlangsamt. Okay. Können Enderman Rosen aufheben? Mh, nein. Was? Das können die? Rosen waren noch diese Eisengolem-Items. Also, die vorzüglich Eisengolem zum Hand halten. Und ich dachte, Enderman können eigentlich nur Blöcke nehmen. Also feste Blöcke. Also würde es wahrscheinlich ein Ja heißen. Okay. Hätte ich nicht gedacht, dass das für Rosen gilt. Okay. Wie viele Stücke Hasenleder braucht man, um ein Leder zu bauen? Hm. Vier. Nächste Frage. Am 1. April Notch hat ein, hat Notch ein Snapshot von der 1.09 geöffnet, äh, released, was als April-Scherz-Update genannt wurde. In diesem Update, äh, war, dass Tintenfische in Wasser ertrinken. Ist das wahr? Schade. Irgendwas war aber mit Tintenfischen. Ah, die konnten fliegen in dem Update. Ich hab das vorgestellt. Da gab's auch einen pinken Wither. Ich glaub, das war zu dem Dings. Aber irgendwas, ich glaub nicht, dass es Tintenfischen war, aber nicht genau was. Aber ich hab ein Video dazu gemacht. Findet ihr auf dem Kanal. Da gab's einen pinken Wither und die Tintenfische konnten, glaub ich, fliegen. Das war's. Und, ähm, alles, was du geschlagen hast, hat Herzenpartikel von sich gegeben. Oder war das wiederum anderer? Es gibt jedes Jahr, eigentlich fast ein April-Scherz. So. Kannst du Spielernamen durch Obsidian sehen? Ja. Warum nicht? Block ist Block. Ähm. Kannst du auf Soul Sand laufen? Ach so. Äh, wie kann man auf Soul Sand noch langsamer laufen, ohne zu sneaken und so was auch immer. Äh, Spinnweben drunter, Soul Sand drunter, Eis drunter, Wasser drunter, Eis drunter. Wenn du Eis unter Soul Sand packst, läufst du noch langsamer. So. Kannst du ein Spinnen-Auge essen. Nur in Mods wie Forever Stranded, da geht das, das weiß ich. Aber sonst solltest du's eigentlich nicht können, oder? Geht das auch in Vanilla? Ich riskiere's mal. Ja. Es geht wohl auch in Vanilla. Da war ich mir jetzt aber grad echt nicht sicher. Man kann Spinnen auch ganz schnell essen. Das ist aber ein Fünf-Dinge-Fakt sogar fast wieder, weil das hab ich mir jetzt noch nie gesagt, nie gezeigt, ist mir noch nie aufgefallen, wirklich, weil ich's nie wirklich probiert hab. aber ich weiß, dass es in Forever Stranded ging, das war auf der 1.10 und ich hab echt überlegt, ob das ein Mod-Feature ist. Aber dann war ich mir nicht sicher, also hab ich gesagt, dass es auch in normalen Vanilla geht. Können Fledermäuse in Friedlich spawnen? Ich glaub, ja. Da war doch mal was. Über Fledermaus-Spawn-Rate hab ich ein Fakt in meinem Buch stehen. Sehe er sogar noch in dem, es gibt eine kostenlose Leseprobe, die kann man sich holen beim Verlag, also kann man die ersten 20 Seiten reingucken und ich glaub, das ist schon gleich einer der ersten Fakten auch. Das Fledermäuse eine erhöhte Spawn-Rate haben an zu einer gewissen Zeit, aber mehr könnt ihr nachgucken. So. Kann ein Wither in einem Minecart fahren? Ich glaube nicht, weil der Wither zerstört Blöcke, die er berührt und dazu könnte vielleicht auch Minecart zählen. Nope. Und was? War schon durch? War schon die 40. Frage? Das war die 40. Frage. Also ich hab 15 falsche Antworten. Da, ähm, ja, manche Sachen musste ich einfach raten oder war ich mal nicht 100% sicher. Jetzt könnt ihr euch fragen, ja, wie sieht's denn bei euch aus? Wie viele wusstet ihr? Aber nachdem ihr diese Videos jetzt hier gesehen habt, kennt ihr natürlich schon die Antworten. Deswegen, äh, macht das nicht so viel Sinn. Das war jetzt der zweite Teil. Falls ihr den ersten Teil noch nicht gesehen habt, dann schaut da mal rein. Da hab ich vor ein paar Tagen hochgeladen. Wenn ich dran denke, werd ich noch wieder einblenden bei Infocard, was auch immer und dann sieht man sich im nächsten Video. Bis dann, lass krachen. Und tschüss. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.